moin moin und hallo herzlich willkommen zum neuen coolen unboxing video von mir für euch und das ist für mein wampchen für wampi um es weg zu bekommen auch wenn es glaube ich doch ein traum ist dass dies geschieht weil ich einfach zu viel machen das ist ein ems trainer ein elektro muskelstimulationsfreund von strato smart fitness ems fit boot toning das bedeutet also dass ihr wie hier schon die models zu sehen sind ihr könnt eure muskulatur am zb oberarm am trizeps am bizeps zu trainieren damit oder die wampenmuskulatur abs trainer gürtel muskelstimulator bauchmuskeltrainer elektrostimulation usb wieder aufladbar mit fernbedienung das ist für das home gym workout für herren und frauen das ding der typ heißt tm 08 wie funktioniert das da wird also werden elektroden an euren körper geballert das sind diese dinger da und dann senden die ein elektrom an den elektro impuls zu oder in euren körper der ist natürlich ganz gering weil ihr müsst immer denken euer gehirn schickt auch über das rückenmark und dann in die einzelnen nerven einen elektrischen impuls und dadurch bewegen sich ziehen sich eure muskeln zusammen auch hier jetzt gerade meine hand genau das gleiche mein gehirn sagt finger zusammen finger auseinander das geht alles mit ganz kleinen spannungen und das soll so ein ems trainer auch machen nur dies natürlich dann an den zonen wo ihr gerne etwas mehr volumen hättet das ist jetzt nicht für für das super krasse ausdauertraining das heißt also wenn ihr das zum beispiel an die beine euch machen würde könnt ihr nicht nach zwei wochen einen marathon laufen das ist nicht so oder sagen wir mal einen bizeps packen und ihr könntet dann auf einmal 150 kilo bankdrücken machen das geht nicht das ist nur für kurzkraft für schnellkraft und für muskelaufbau also genau das richtige für mich so gucken wir mal an was da so alles drin ist und wie das abläuft und wie sich das anfühlt ich habe das noch nie benutzt deshalb habe ich mir das mal bestellt ich wollte mal gucken ob das irgendwie komisch ist ob das weh tut et cetera wenn wir jetzt rausfinden so verpackungstechnisch hat man gar nicht hinten gezeigt oh ja hier cool das habe ich ja gar nicht gesehen na hier ab du unterer abdomen das ding ist das dann was ihr euch an die wampe klebt dann haben wir hier für für die beinmuskulatur beziehungsweise für die obere armmuskulatur also extremitäten könnt ihr dort dann auch ansteuern man hat zwei stück für die extremitäten und ein für den torso oder er gesagt für den für den wanken bereich für den bauch so wir gucken mal rein was wir jetzt so vorfinden wir haben hier ich würde mal behaupten das sind solche kontaktplatten die sind noch in folie verpackt davon haben wir ein paar noch mehr und usb kabel usb zu war cool 33 dinge das heißt wir haben hier micro usb drei micro usb und ein usb das heißt also wir können hier an unseren normalen hier wie heißt das noch mal smartphone ladegerät gehen oder ein computer oder ein extra netzteil und können damit nun die energie verdreifachen jetzt nicht aber verteilen auf drei abnehmer drei abnehmer warum weil wir auch drei geräte in dem set haben so da sind ja noch mehr von diesen kleber die haben cool er kommt immer jetzt erst mal eins auf das sind so gel plättchen genau guckt mal hier ja das ist so gel das ist so gel und das wird elektrisch leitfähig sein zwei stück und dieses gel kommt dann auf das auf den trainer drauf genau hier so das ist echt gelig und leitet dann die spannung in euren körper das ist jetzt keine hoch spannung das heißt also ihr werdet nicht verbrennungen erleiden sondern niedrig ganz niedrige volksanwender verwendet und das lässt dann eure muskeln halt kontrahieren und dadurch wird natürlich dann auch energie verbrannt und dadurch könnt ihr ein bisschen eure training damit verbessern während ihr zum beispiel zu hause rumchillt oder im büro sitzt oder gerade auch am jobbing seid man kann das überall benutzen so jetzt was haben wir hier hier haben wir also jetzt die armfreunde das hier ist die da kommt wird dann der strom aufgebaut und der wird dann abgegeben in euren körper genau da wird was gleich noch drauf geklatscht das heißt also da ist so so und so und so und so und so ein button system wo wir dann hinkommen werden das werden wir dann verbinden müssen mit unserem elektronischen leitfähigen freund dann kommen die dinge wohl da drunter also so überlege ich mir das jetzt gerade logisch und das werden wir dann auf uns draufklicken cool hier noch eins wir hatten ja zweimal für die arme oder also zweimal für die arme beziehungsweise für die für die beine hier haben wir das teil für den für den den bauchbereich aber hier sind die ganzen klebepunkte zwei vier sechs acht stück zwei vier sechs acht stück da können 8 pack mit aufbauen natürlich geht das nur wenn ihr vorher auch ein bisschen diät haltet das wird glaube ich mein problem werden um dann das 8 pack überhaupt sehen zu können so aber ein six pack wäre doch nicht schlecht ich habe bis jetzt nur one pack was haben wir hier hier haben wir die elektronische versorgung die mit diesen druckknöpfen funktionieren soll und wird dann haben wir hier ein an und ausschalter und davon habe drei stück drei stück für drei geräte und hier haben die fernbedienung wirklich schön sauber hier alles drin diese teile hier sind gummiert also fühlt sich aber hochwertig an fühlt sich es ist ein hochwertiger kunststoff wir haben plus minus on off und die einzelnen modi kann man durchgehen batterie ist auch schon aktiviert cool kann man das auch laden ja hier guck mal da unten ist ein slot um auch den integrierten akku zu laden cool die freunde hier könnt ihr natürlich auch laden dafür ist ja das dreier steckerchen da so und jetzt haben wir drei stück davon hier der zweite da ist der dritte so hier ist noch frei für optional andere sachen und jetzt gucken uns mal einen von den kumpels hier an ich packe mal einen aus so sieht das aus jetzt gucken wir mal hier ist eine folie drauf erst mal wie die teile zusammengesetzt werden hier haben wir jetzt die druckknöpfe damit gibt es eine verbindung zu der platte zu der trägerplatte wo dann der strom durch fließt also nicht nur daran klipsen das sind leitfähige materialien integriert so ist es dann fertig und kann dann nachdem wir das hier abgezogen haben ja da ist schon ein klebe pad drauf na hier bleibt direkt kleben können wir das uns aufkleben also ich nehme das jetzt noch nicht ab das packen wir gleich auf mich drauf so nächstes teil ist jetzt für den bauchbereich aufmachen der app trainer so das gleiche hier auch wir haben eine obere seite und eine andere seite wo auch schon die ganzen gummiartigen klebefreunde drauf sind die wir hier als ersatz haben wenn die paar mal benutzt hat werden die wohl nicht mehr so richtig kleben dann geht er hin und ersetzt sie einfach auch hier kommt jetzt unser dinge drauf zack damit ist der dann auch schon equipped und fertig zum einsatz und das machen wir jetzt bei dritten natürlich auch noch das ist jetzt nicht die traum lösung dass ihr einfach das macht und danach seid ihr super fit nein man muss schon auch noch selbst in bewegung bleiben das ist aber eine unterstützung beim training zum beispiel selber könnt ihr das sehr gut damit unterstützen unterstützende muskelstimulation muskelstimulation so damit haben wir die dinge jetzt equipped hier sind sie dann haben wir hier eine fernbedingung also das hier ist für den bauchbereich und die beiden sind entweder für eure beine für eure ärmchen und das alles bekommen wir dann mit reserve wenn da jetzt immer zwei ströte zwei vier sechs acht zehn zwölf stück acht zehn zwölf das heißt also man kann ich weiß nicht wie lange die halten aber wenn die ein halbes jahr halten das wäre schon mal cool kann man dann einmal komplett wechseln und hat dann ein neues set nicht schlechter spricht so was ich jetzt mache ist ich werde die teile erstmal aufladen wir haben ja jetzt hier die möglichkeit das da rein zu stecken also ihr habt eine micro usb kabelchen schon im lieferumfang achtet da auf die richtige seite tappen das jetzt da rein habe ich schon wieder falsch so die machen wir da rein alle drei stück und dann kommt die andere seite dann in unser smartphone ladegerät rein und darüber laden wir dann die besagten teile auf und damit laden wir jetzt alle drei auf um sie dann später verwenden zu können so und denkt dann auch mal die fernbedienung aufzuladen ansonsten könnt ihr irgendwann nicht mehr die fernbedienung nutzen so elektrostimulation 20 minuten am tag ein bis zwei mal am tag 30 minuten könnt ihr sit up simulieren damit ihr könntet auch 1500 meter laufen damit simulieren 30 minuten armbewegung simulieren also nicht schlecht ist nicht schlechter spricht also das formt eure muckis ems training smart fitness jetzt probieren wir es aus nachdem ich es aufgeladen habe so jetzt kommen wir zum ankleben der trainingsgeräte ich habe mich hier schon positioniert relaxt und gechillt auf dem sofa weil das ist ja training beim chillen wir haben die kleinen fuzzis die kleinen fuzzis kommen zum beispiel an euren oberarm oder an euren an eure beine hier oben die muskulatur oder irgendwo wo halt die punktuell penetriert werdenden muskulatur sitzen soll also elektrisch stimuliert nicht penetriert wir haben hier hinten an den dingern haben wir noch so eine folie die folie müssen wir abziehen die folie sollten wir vielleicht aufbewahren weil die wollen wir ja recyceln die wollen wir wiederverwenden und nicht nach jeder sitzung neue pads kaufen müssen also weglegen die holen uns gleich wieder und nun kleben wir da ist kleber und gel und jetzt kleben wir die auf dem muskel wir haben ja hier zwei muskeln die dicken fetten oberschenkel muskeln und wir werden das jetzt hier die mitte vom knie aufgeben so und hoffen dadurch und kühl und hoffen dadurch dass eine ja ein lauf simuliert wird so draufpatschen hält ich schenkel mal ja hält gut dann haben wir für den bauchbereich dieses fette ding das kommt so daran so ihr müsst euch verstehen ihr müsst verstehen hier sind ja hier ist der brustkorb und hier haben wir die bauchmuskulatur die läuft so in längsbewegung hier lang deshalb könnt ihr ja wenn ihr nicht so fett habt wie ich könnte darunter solche einzelnen packs haben so die wollen wir jetzt stimulieren das heißt das kleben hier hinten sind ja zwei vier sechs acht stück für acht muskeln abziehen und draufpatschen so hier sind hier ist mein brustansatz gehen wir etwas runter und kleben versuchen das jetzt gerade drauf zu kleben so nachher wird lustig beim abziehen wir den ganzen haaren so fest gepatscht gut und dann haben wir noch einen zum beispiel für die arme ihr könnt natürlich auch jetzt das ding an die rechten beine tun oder ihr macht beide an die arme so die armen muskel wir haben aber trizeps einmal bizeps das heißt wir werden hier den so anbringen dass wir beide muskeln erreichen einmal vorne einmal hinten so ok ich hoffe ich habe das jetzt so richtig getroffen ok jetzt bin ich hier cool ihr könnt hier natürlich dann die andere seite den hier verwenden oder es flexibel halten nur den hier der kommt immer an die an den bauch so jetzt haben wir hier die fernbedienung jetzt ist es los mal gucken ob das weh tut oder mal gucken was passiert also erstmal zum vergleich das ist ein relaxter arm und das ist ein angespannter relaxter arm angespannter mal gucken was er hier gleich macht so jetzt an ausschalten ach ne ich muss ja die dinge erstmal an und ausschalten anschalten 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 so jetzt sind die alle wie heißt das grün am leuchten jetzt schalten wir unsere bedienungsanleitung an richten das auf die freunde und ich merke noch nichts ich merke wirklich was es sind kleine stromschläge ich merke kleine stromschläge die machen so das sind kleine stromschläge die jetzt gerade durch meinen körper fließen also in die muskel rein herr wo ihr seht richtig wie die muskeln kontraieren die bewegen sich ja wirklich es kitzelt jetzt nicht, es ist mehr als kitzeln es sind richtig Stromschläge, kleine, süße, schnuckige Stromschläge aber man kann sich daran gewöhnen es ist jetzt nicht, dass ich gleich denke, dass ich hier 240 Volt Schläge kriege nehmen ist nicht so, man merkt es, man merkt, dass die Muskulatur sich zusammenzieht durch die Stromindikatoren, jetzt gerade ganz doll hier, hier, hier jetzt krass, das machen wir jetzt, ich schwitze auch, seht ihr mein Bein hier yo, yo, das ist, wow, das ist hart also ihr könnt hier die Stärke variieren runter, 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 so jetzt gehen wir erstmal ganz runter also wenn ihr ganz stark macht, ist wirklich stark also erstmal jetzt merke ich so ganz kleine Fuzzi Impulse wenn wir jetzt hoch gehen, merken wir natürlich mehr Impulse ich schwitze auch ein bisschen das waren jetzt vielleicht drei oder vier Minuten wie oft wollen wir das machen, ich glaube 15 Minuten, halbe Stunde über den Tag verteilt, zweimal, also man merkt es wirklich, wenn die Kraft hoch geht, dann kontrahieren die Muskeln wirklich sehr stark, also das ist cool wenn ihr mehr Power braucht, geht ihr auf Power, wenn ihr Power hoch, Power runter wenn ihr die Modi wechseln wollt, es gibt verschiedene Modi, die könnt ihr nach und nach abstottern, ablaufen und dann gibt es verschiedenartige Stimulationen der Muskulatur also ich kann mir schon vorstellen, weil ihr habt vorhin mein Bein gesehen, wie das sich richtig zusammen verkrampft hat, dass das funktionieren kann yeah, also cool zum ausmachen, on und off drücken und danach die Dinger automatisch, gehen die auch aus wenn ihr drauf drückt, gehen sie aus, wenn ihr länger drauf drückt, geht sie an wow, das war eine Erfahrung so und das könnt ihr jetzt natürlich permanent tragen ihr seht, das hält ganz gut ja das könnt ihr während des Trainings dann additiv dazusetzen ja, funktioniert gut wenn ihr fertig seid, zieht ihr sie ab jetzt kommen wir zu dem tollen Teil boah, das ging aber am besten macht ihr das nach dem Duschen und dann kommt die Folie wieder drauf und dann sind die Freunde bereit für die nächste Action eine, anderthalb Stunden aufladen reicht für eine längere Zeit trainieren ich hab's vergessen so, jetzt kommt die Wampe abziehen boah, das reißt mir aber kein einziges Haar raus also sie sind sehr flexibel so, wieder drauf ja, kein einziges Haar ist handeln gekommen so, aber jetzt die eine Folie ist weg so, also cooles Zeugs es ist schon sehr komisch wenn ihr es am Anfang benutzt wie jetzt gerade, wo das so stark geworden ist also ihr merkt richtig, das sind Stromschläge so kleine Stromschläge die wirklich dann euren Muskel auch kontrahieren also das kann wirklich funktionieren cool dann sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen bitte abonniert mich gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal Zunzun 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 Untertitelung des ZDF, 2020